Ja, ich bin ja voll die Heulsuse, das kann ich dir so ehrlich gestehen, weil wenn ich zum Beispiel eine romantische Komödie schaue, dann am Ende dann gullern dann schon die Tränen. Und ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren habe ich auch langjährige Mitarbeiter verabschiedet aus der Firma und ich sage nur Kennwort Schlosshund. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich doch schon so ein bisschen so einen kleinen Kloß im Hals, weil treue Zuschauer wissen ja, ich ziehe jetzt in ein paar Monaten in ein Tiny House und gleichzeitig wage ich einen riesengroßen Schritt für mich und zwar ich verlasse dieses große Haus, dieses Anwesen, dieses Bauerngrundstück. Und heute gibt es dann ein Video, da hätte ich niemals gedacht, dass ich das Video mache, es ist quasi die erste und letzte Haustour, bevor das Anwesen verkauft wird. Also quasi ein Abschied und gleichzeitig der finale Schritt in minimalistisches und einfaches Leben. Und zu der gewaltigen Haustour gibt es nämlich heute was ganz Besonderes und zwar machen wir auf der einen Seite ein Quiz und auf der anderen Seite, und das ist jetzt kein Fake, kannst du 1000 Euro einsacken. Also ja wirklich 1000 Euro und es wird wirklich ein, ich sage mal ein verrücktes Video. Und wenn du Lust hast auf so eine kleine Zeitreise, ein paar Jahrzehnte zurück und vielleicht mal eine ganz andere, vielleicht auch ein bisschen gruselige Haustour mitmachen möchtest, dann schnappe dir das Lieblingsgetränk meiner Oma, einen Muckefuck und nach dem Intro geht es direkt los. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sage mal so Themen, die da so Cash in the Test bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du wissen willst, ob ich dieses Haus überhaupt mal los werde, dann, falls nicht schon geschehen, lass ein Abo da. Ja, und ich muss ehrlich gestehen, je weiter die Zeit voran schreitet, desto komischer fühlt es sich an, dass ich das Ganze hier bald verlassen werde, weil ich kenne hier quasi jede Mauerritze. Ich kann hier komplett im Dunkeln mich, ja, orientieren und hier stecken auch eine ganze Menge Erinnerungen drin. Aber gleichzeitig ist es so, es ist eine Art Befreiung, weil jeder, der mich kennt oder mich besucht hat, sagt, Mann ist das groß, Mann ist das viel, Mann ist das viel Verantwortung und auf jeden Fall steht jetzt die Entscheidung und ich werde das Haus verlassen. Und da kommt immer die Frage, warum verlässt du das Haus? Naja, auf der einen Seite ist es viel zu groß für eine Person oder für eine Familie. Also dieses Haus und dieses Grundstück hat mehr Leute oder ja, mehr Action verdient, die sich auch dann drum kümmern können, auch finanziell gesehen. Und zum anderen ist es ja auch so, das Haus, also das Grundstück selber gehört mir nicht komplett allein. Das heißt, das ist eine Erbgemeinschaft und das verträgt sich nicht so mit der frugalen finanziellen Freiheit, weil wenn ich hier drinnen weiterleben möchte, dann hätte ich quasi meinen Anteile oder die anderen Anteile abkaufen müssen und dann hätte mein ganzes, ich sage mal, finanzielles Konstrukt auch nicht so funktioniert. Und dann bekomme ich auch immer wieder die Frage, hast du nicht schon mal drüber nachgedacht, ja, das Ganze zu vermieten, wenn das so groß ist und ja, so viele Flächen sind? Und da habe ich auch lange überlegt, aber im Grunde genommen habe ich jetzt, ich sage mal, meinen ersten Lebensabschnitt hinter mich gebracht oder ja, hinter mir, hinter mich und ich will jetzt so ein bisschen verreisen, will ein bisschen freier sein und stehe so auf den passiven Cashflow. Ich sage nur Dividende, also ich kann es hier mal hier oben verlinken und somit ist die Entscheidung getroffen und ich sage auch immer sehr gerne, es ist so ein bisschen wie so ein kratzender Pullover, so ein alter, kratzender Lieblingspullover, man fühlt sich darin wohl, aber es kratzt immer etwas. Also es kratzt immer etwas, das wäre jetzt hier zum Beispiel der Fall, du hast ja immer was zu tun, irgendwas ist immer kaputt, du musst für alles oder für irgendwas immer die Verantwortung hergeben und das ist eine ganze Menge, was dann auch kratzen kann und ich alleine werde mit dem Haus, mit dem Renovieren, das wirst du auch gleich sehen, in der Haustour würde ich nie fertig werden. Also ja, die Zeit und das Geld hätte ich nicht und da hast du dann immer so dieses Gefühl eines unfertigen Hauses, das ist deswegen das Tiny House, das ist klein, das mache ich fertig, da bin ich irgendwann mal komplett durch mit Renovieren und das gefällt mir dann so, wie ich es möchte und dann kratzt da nichts mehr und heute gibt es die Haus-, Hof- und Garten-Room-Tour oder Haustour, wenn ich das so nennen darf und diese Tour hat zwei Besonderheiten und da möchte ich dir das gleich mal hier so ein bisschen von meinem Spicker ablesen und zwar zum einen, und da sind jetzt so ein bisschen die Mathe-Fetischisten gefragt, ist in der Room-Tour oder in der Haustour ein Rätsel versteckt? Also ich sage ganz einfach mal, ermittle Y, mehr sage ich nicht, also du wirst da ein paar Hinweise finden und wenn du das zusammen kombinierst, kannst du Y ermitteln und wenn du das schaffst, bitte nicht in den Kommentar schreiben, sondern mir per Mail schreiben, ich blende die Adresse unten ein, dann kannst du mein neuestes E-Book als Freewares, also für dich kostenlos gewinnen und die zweite Sache, das ist eine ganz verrückte Sache und das möchte ich dir ehrlich so sagen, wie es ist, weil dieses Haus ist besonders, das wirst du sehen und das ist, ich sage mal, wenn es sich jemand findet, der das kaufen möchte, der wird das sofort kaufen, dem das gefällt, aber da musst du auch erstmal jemanden finden und ich könnte wetten, wenn du jetzt die Room-Tour oder die Haustour schaust, wirst du sagen, oh mein Gott, würde ich niemals kaufen. Wenn du jetzt aber jemanden kennst und sagst, pass auf, ich kenne jemanden, der kauft so ein Häuser oder wer daran interessiert, dann vermittle ihn oder sie mir weiter und wenn es aufgrund der Vermittlung zum Hausverkauf kommt, gibt es mindestens einen vierstelligen Betrag, also mindestens 1000 Euro, je nachdem, wie hoch der Hausverkaufspreis ist. Also es lohnt sich, das Ganze anzuschauen und vielleicht auch weiterzuleiten an Leute, die ehrlich interessiert sind an so einem alten, kultigen Gehöft, ja, was auch damals im Fernsehen war, sage ich jetzt mal und dann würde ich sagen, rede ich nicht so viel, ich mache heute oder wir machen heute die Haustour, im nächsten Video gibt es dann noch ein bisschen das Exposé und da sage ich noch, was hier in dem Haus richtig cool ist und was auch die Nachteile sind, aber lass uns erstmal mit der Haustour starten, weil die ist, glaube ich, auch schon 20 Minuten lang und immer darauf achten, ob es da irgendwas Mathematisches zu finden gibt und ob du das dann zum Schluss ausrechnen kannst. Also ich schnippse jetzt mal und dann geht es los mit der Haustour. Ja, fangen wir einfach mal an mit der Perspektive, die die meisten jetzt haben vom YouTube-Video, also so ungefähr sieht es aus, wenn man mich bei YouTube sieht, aber was zum Beispiel viele nicht wissen, ist, dass dieser Raum unwahrscheinlich groß ist. Also wenn man das jetzt so nach hinten geht, sieht man, dass das waren früher zwei Räume, der wurde beteiligt, die Balken siehst du hier noch und hier hinten ist dann quasi noch der zweite Raum, das war dann früher, wo ich hier noch Fernsehen geguckt habe, war das noch meine Fernsehstube, da habe ich mal, wie du siehst, ich habe einen riesengroßen Fernseher und ja, hier hinten auf der Couch, manchmal liege ich auf der Couch, aber eigentlich ist dieser intere Raum komplett unbenutzt und wenn man jetzt hier mal den Schwenk macht, das ist gewaltig, dann ist diese Fläche von diesem Zimmer schon fast so groß wie die Tiny House-Fläche ohne den ausgebauten Keller, also Wahnsinn. Hier siehst du dann mal meine Computerecke, so ein kleiner Ecktisch und was zum Beispiel eine richtig coole Sache ist und ich glaube, das werden auch die Hauskäufer oder die Hausinteressenten gut finden, ist hier wirklich noch so ein alter Kachelofen, der wird in der Küche, wo wir gleich reingehen, geheizt, der heizt dann die ganze Stube und auf der anderen Seite ist das Schlafzimmer, das Schlafzimmer wird dann da mitgeheizt. Wir gehen jetzt mal in die Küche, es ist alles ein bisschen unaufgeräumt, weil ich ja viel Zeit im Tiny House bin, aber die Küche ist im Grunde genommen auch ein schönes Teil, vielleicht jetzt nicht ganz so hell, aber in der Mitte ist ein Tisch mit einer Kochfläche und dann, das siehst du vielleicht auch, auch wenn es jetzt nicht alles sauber ist, im Grunde genommen ist es so, das ist eine alte DDR-Küche, die habe ich mir aufgebaut mit einem alten Kühlschrank und für die Größe, ich sage mal, die Größe der Küche ist gewaltig, also hier an dem Tisch können, wenn man sich eng ransetzt, auf jeden Fall sechs bis acht Leute sitzen, während man dann nebenbei kocht, also auch wunderschön. Und dann können wir jetzt nochmal durch die Stube zurückgehen, also ich finde die Stube ja Wahnsinn, deswegen verbringe ich wahrscheinlich die meiste Zeit in der Stube und jetzt kommt ein ganz intimer Bereich und zwar, gehen wir jetzt mal in mein Schlafzimmer, das ist immer ein bisschen dunkel, aber im Grunde genommen ist das auch ein kleiner Raum, ein kleiner, einfacher Raum, wie du siehst, das Bett, hinten Schränke und hier noch ein paar alte, ausgemusterte Monitore und da hinten ist noch ein kleines Zimmer, was nicht benutzt ist, das würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine richtige Wohnung draus mache, da würde ich dann hinten das Bad reinmachen und alles in allem ist da schon mal sehr komfortabel, groß, sehr angenehm und ich sage mal, wie du siehst, sind auch neue, also relativ neue Heizkörper drinne, also im Grunde genommen kannst du in diesem Wohnbereich, wo ich auch wohne, direkt einziehen und wohnen und du hast da keine weiteren Probleme, klar, es ist dann, wenn du drinnen wohnst, gleich ein bisschen offgeräumt, dann siehst du noch mein ganzes Abspülzeug, mein, ja, mein Geschirr und noch ein bisschen der Müll, aber im Grunde genommen ist das jetzt sozusagen mein Wohnbereich, ja, das wäre die Wohnung Nummer 1, dann gehen wir mal durch den Flur, das ist so ein richtig klassischer, alter DDR-Flur, wie man sich das vorstellt, hier haben wir schon mal einen Blick so ein bisschen auf den Hof, aber da gehen wir auch gleich nochmal hin und dann gehen wir mal in den zweiten Wohnbereich und dieser Wohnbereich ist im Grunde genommen, ja, schon lange nicht mehr bewohnt, also ihr wirst es sehen, also das ist hier so eine Art Vorraum, großer Vorraum, hier hast du, dann früher war das die Küche, also auch eine schöne Sache, dann hast du hier, also es ist wahnsinnig, wie groß das Haus ist, auch, da habe ich noch gestoßen, so, da hast du hier noch Raum, da hängen auch noch ein paar, da hängt noch Pelz, den kann ich noch versteigern, also falls jemand noch Pelz haben will, kann er sich gerne bei mir melden und dann gehen wir mal weiter, das wäre sozusagen dann der zweite Wohnbereich und im zweiten Wohnbereich, das war vorher mein, ich sage mal, Kinder- oder Jugendzimmer, auch ein großes Zimmer, ich sage mal, damals war da mein Computertisch, hier der Tisch wird auch noch versteigert, also auch ein großer, ich sage mal, wenn die Sonne rein scheint, auch heller Raum, wo man dann auch direkt, wenn man sich ein paar Mühe rein stellt, auch schon, ja, drinnen wohnen kann und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter in das Schlafzimmer, das Schlafzimmer ist ganz verrückt, weil das Schlafzimmer hat dunkle Wände, ich weiß nicht, ob man da überhaupt was sieht, da sieht man gar nichts, das ist so der Gruselraum, sage ich jetzt mal und hier wäre dann noch ein langer Raum, wahrscheinlich das Kinderzimmer, also ist auch ein schöner, leerer Raum, ist auch, ich sage mal, wenn man das so anguckt und ich habe ja schon einige Häuser mir angeschaut, ich habe da schon die Erfahrung, ach, hier der Heidi, ich habe da schon die Erfahrung, dass die durchaus schlechter aussehen oder, ja, renovierungsbedürftiger sind, aber das macht hier wirklich einen guten Eindruck und das ist jetzt wirklich dann, das wäre dann an meiner Stelle hier die Küche, hier ein Vorraum oder Küche, da wäre dann die Stube, Schlafzimmer und Kinderzimmer und hier in der Ecke dieser kleine Raum müsste dann halt das Bad werden, weil das ist der Nachteil bei diesem Haus, alles, was für ein Thema, ja, sanitär ist, das ist im Grunde genommen, ja, stiefmütterlich behandelt. So, jetzt gehen wir mal die Treppe runter, ein bisschen unscharf, das kriegt ihr nicht mehr so richtig hin, aber jetzt gehen wir quasi ins Erdgeschoss, was du hier natürlich auch siehst, ist allein der Flur, so ein richtig klassischer Flur, wie man sich das so vorstellen kann, aber jetzt muss man sich erst mal fokussieren, der Gute, ja, also selbst der Flur ist schon riesig groß, auch der Zustand ist jetzt nicht baubedürftig oder schlecht, sage ich mal, hier hast du dann sogar an der Stelle einen neuen Stromkasten und ja, also es wurden auch schon einige neue Leitungen verlegt, aber da fehlt natürlich noch eine ganze Menge im Haus und jetzt gehen wir in, sagen wir mal, in den Schleinwohnbereich, da können wir mal hier rein, natürlich alles so ein bisschen äußer, die Polter, wie es halt ist vor dem Auszug, das war quasi das Schlaftimmer von meiner Oma, hier hat meine Oma, da geht es dann zur Straße und ja, hier haben wir dann den Spiegel, hier kannst du auch sehen, dass ich es wirklich bin und muss ich selber lachen und hinten hast du dann noch einen kleinen Raum, war auch nur eigentlich so ein Anziehraum früher, wenn ich ehrlich bin und ja, aus dem kann man natürlich einiges machen und das wäre hier wirklich so eine Art, also wenn du eine Wohnung draus machen möchtest oder keine Lagerflächen haben möchtest hier, dann wäre das so eine Art Montagewohnung, da könnte man wirklich hier essen, wohnen und wahrscheinlich schlafen und hier hinten waschen oder schlafen, also im Grunde genommen wäre das auch eine schöne, ja, wie soll ich sagen, schöne Möglichkeit zu vermieten oder drinnen zu wohnen und jetzt gehen wir mal weiter, das ist Wahnsinn, wie groß das Haus ist und das ist ja wirklich nur das, ja, das Haupthaus, also hier geht es dann in den Keller hinein, da gehen wir jetzt mal nicht rein, weil da ist dunkel, vielleicht mache ich das nochmal zum anderen Zeitpunkt und jetzt kommen wir so ein bisschen, da mache ich mal das Licht an, damit er auch fokussieren kann, also das ist im Grunde genommen unten die zweite Wohnung, das ist die Küche, so richtig klassisch, steht ihr eher mit Holzdabeln an der Wand und hier siehst du die Küche, die Küchenteile, falls die jemand haben möchte zum schmalen Preis, gerne melden, also auf jeden Fall möglich und dann kommen wir hier auch wieder in den dunklen Raum, aber hier können wir das Licht so ein bisschen anmachen, sage ich jetzt mal an der Stelle, dauert einen Moment, wenn das Licht startet, aber gleich müsste das Licht kommen, ja, wie sieht das gehört und das ist so eine Art dunkler Raum oder Verbindungsraum, das war früher ein Schlafzimmer ganz früher und jetzt kommen wir in den Raum, der ist erstmal ganz dunkel, aber wird dann auch hell und wird dann auch gleich fokussieren, das ist wie ein bisschen Blair Witch Project hier und das hieß früher Speisekammer, also das ist wirklich ein dunkler Raum mit einem kleinen Fenster und hier waren früher, kannst du dir so vorstellen, die Marmeladengläser von oben machen oder das Eingeweckte und so, also ja, also sorry, wenn ihr jetzt hier ein bisschen Probleme habt mit dem Fokussieren, das hat wahrscheinlich mit dem Licht zu tun, ja und dann geht es halt nochmal weiter, wie du siehst, also Zustand ist im Grunde genommen, also es ist jetzt nichts, was abblättert oder was Schlechtes, also im Grunde genommen, auch hier unten könnte man direkt reinziehen und hier hast du wieder den langen Raum, oder das schaltet ich noch zu, das habe ich jetzt gar nicht beachtet, da ist so ein Schlafraum oder früher Kinderzimmer, auch von der Länge sehr, sehr, sehr lang und ja, hier nochmal, mein Opa mit Hundis, ja und da kann man natürlich, das war früher sowas wie Kinderzimmer oder ganz früher haben da auch welche einfach nur geschlafen und dann geht es halt weiter und das ist auch so typisch, das kennen vielleicht viele von euch, so typisch Oma-mäßig, so eine richtig klassische Stube, also eine richtige Wohnstube, wie du siehst, falls dir ja irgendwelche Möbel gefallen oder du sagst, Mensch, das möchte ich gerne haben, also es wird alles irgendwie verkauft oder entsorgt, sage ich jetzt mal, je nach Zustand und das ist natürlich auch ein großer Raum, auch zur Straße hin und wie du siehst auch, ja, also wenn man hier unten den Bereich, also diese Stube hier, den langen Raum, den Schlafstube und so zusammen nimmt, dann hat man ja schon einige Quadratmeter, ich weiß es jetzt nicht aus dem Stand wie viel, aber im Grunde genommen sind es bestimmt 70, 80, 90 Quadratmeter, jetzt mal über den Daumen gepeilt, jetzt gehen wir wieder zurück in die Küche, das ist jetzt wieder die Küche für meine Oma und jetzt kommt etwas, da wirst du dich kaputt lachen und das ist das, das ist sozusagen der Nachteil von dem ganzen Haus und zwar, das ist das Bad, mehr gibt es da nicht zu sehen, also eine Badewanne und noch ein bisschen Badeschrank und hier hinten war noch ein alter Ofen, aber im Grunde genommen, das ist das Bad, mehr gibt es da nicht, also für mich eine Wanne und eine Dusche reichen natürlich völlig aus, aber wenn jetzt jemand hier das Haus kauft, ich glaube in Richtung Sanitär, da muss noch einiges gemacht werden, und jetzt gehen wir mal langsam nach draußen und zwar, das ist jetzt hier das Waschhaus, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Begriff Waschhaus kennt, aber Waschhaus ist im Grunde genommen, ich mache noch mal das Licht an hier, Waschhaus ist im Grunde genommen so ein Vorraum, wo früher eine Wäsche gewaschen wurde oder wo, wir hatten dann noch Dämpfer, wo wir für die Schweine, sagen wir mal, das Essen vorbereitet haben, ist auch ein großer, geräumiger, gefließter Raum, was man da jetzt draus machen kann, weiß ich nicht, wir haben so ein bisschen, wie du siehst, als Sitzgelegenheit, so eine Art Sommerküche genutzt, ist auf jeden Fall möglich und ja, und dann machen wir mal das Licht aus, ich weiß nicht, was wir hier haben, vielleicht ist das ja wichtig, okay, und dann gehen wir mal einfach weiter und jetzt kommt der zweite Clou, der zweite Clou ist, du hast jetzt gerade hier hinten, hast du ja gesehen, dieses Mini-Bad da ganz hinten und ja, wo ist denn eigentlich das Klo? Und jetzt kommt, das Klo ist ganz klassisch, so wie man das hat, so ganz einfach und da gibt es dann einfach ein Klo, ganz einfach ein Klo, mehr gibt es da an der Stelle nicht und ja, das war es dann von hier unten und jetzt lassen wir uns aber mal nach oben gehen, weil das ist natürlich auch eine schöne Sache und das beeindruckt dann die Leute dann immer am meisten und zwar, wir gehen jetzt mal, hier lang ist alles ein bisschen wackelig und zwar gibt es hier einen ganz geheimen Aufgang, den zeige ich dir nachher nochmal von Weitem, auch wieder ein bisschen verschwommen, aber das können wir jetzt halt nicht ändern und das siehst du schon, das sieht schon richtig cool aus und wenn du jetzt hier auf dem Aufgang bist, hast du natürlich einen super Blick über den Hof und auch da hinten über die Gärten und das ist wirklich ein richtig langer Gang, auf dem man noch langlaufen kann, auch wenn es ein bisschen knarrt und da hast du dann zum Beispiel hier, sehr spannend, ich weiß gar nicht, ob ich Licht habe, aber ich glaube, man kann es erkennen, ich versuche es mal ein bisschen einzuschärmen, einen riesengroßen Raum, ich sage jetzt mal, geschätzt 10, 12 Meter lang und 6 Meter breit, also das ist Wahnsinn, das war früher natürlich Lagerraum und ja, Abstellraum, aber im Grunde genommen, wenn du dir das anguckst, vor allen Dingen mit diesen riesen Balken, das sind Balken, die hast du heutzutage nicht mehr, also vor allen Dingen die Balken da vorne, Wahnsinn, also im Grunde genommen ist der Balken so groß, wie manche, ja, schon manche Doreinforben, kannst du sagen, also riesig groß und das ist ein riesengroßer Lagerraum und mein Traum war es damals immer so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, wie so ein Loft draus zu machen, weil hier so ein Loft draus machen, so ein Einbaus Loft, vielleicht noch Fenster noch wieder aufmachen, kann man ja alles wieder aufmachen, auch eine schöne Sache und dann können wir auch mal, wenn du das wissen möchtest, dann gehen wir mal noch eine Etage höher, mal sehen, ob ich die Tür aufkriege alleine, weil die klemmt man es mal, jo, altes Haus, alte Türen und jetzt gehen wir noch eine Treppe hoch, sehr spannend, also ich glaube, das ist nur für die harten Zuschauer heute und da haben wir dann den nächsten Boden und auf dem nächsten Boden hast du halt, wie man das so kennt, diese ganze Fachwerk-Konstruktion, also wirklich schön, sag ich mal, wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen verschwommen sein, weil es so dunkel ist, ich mache es ein bisschen langsam, aber im Grunde genommen, ja, ist dieser Boden und dieser darunter, ist da super viel platt, um etwas, ja, um Lagerflächen zu haben oder um sich wirklich dann ein schönes Loft auszubauen, was man dann später nutzen kann, kostet natürlich alles sein Geld. Und ich kann sehr ehrlich, wenn du das hier siehst, wirst du auch sagen, oh mein Gott, ist das groß, was soll das alles kosten? So, jetzt gehen wir jetzt mal wieder runter. Das wäre natürlich jetzt der Kluh, wenn ich ihn auf der Fresse lege. So, gehen wir hier wieder auf den Hof und jetzt hast du so den Blick auf den Hof oder auf den Hof. Da sieht es ein bisschen rumpelig aus, weil ich in anderthalb Wochen einen Flohmarkt habe. Gehe trotzdem mal so und da hast du dann hier, das ist die Tro-Einfahr, können wir ja mal reingehen, so richtig klassisch mit Mais, der da oben hängt. Sehr schön. Und hier für alle, die das Haus kaufen, wenn ich es nicht wegkriege, hast du noch wahnsinnig viel Holz, was du verbrennen kannst an der Stelle. Auch Wahnsinn. Und dann gehen wir mal den Hof weiter hinter. Ich muss nur an meinem Auto so vorbeigehen, dass niemand meine Nummernschuld sieht. Und dann hast du natürlich hier, was auch sehr, sehr schön ist, hast du hier, das kommt dann in meinem Flohmarkt-Video, diverse Garagen, diverse Ställe, sage ich jetzt mal. Dann hast du hier noch ein Ersatzklo, falls mal Wasser, falls es kein Wasser mehr auf dieser Welt gibt, hast du hier wirklich so eine Art Außenklo, was auch sehr schön ist. Hier so ein bisschen angepflanzte Fläche, die müsste ich mal wieder Rasen mähen. Und da hast du wirklich wahnsinnig viele Ställe, wahnsinnig viele Garagen, wahnsinnig viele Lagermöglichkeiten. Das ist Wahnsinn, wie viel das hier ist. Hier mache ich gerade zum Beispiel die Steine fürs Tiny House, bereite ich da einige vor und wir können auch gerne mal reingehen. Das ist dann schon für den Flohmarkt, aber ich denke mal, das wird dann noch ein anderes oder ein eigenes Video. Moment, jetzt muss ich einmal die Tür wieder aufkriegen. Da hast du dann schon für den Flohmarkt, wird dann schon vorbereitet, was zu verkaufen ist. Wie du siehst, noch Werkzeug, habe ich vieles übrig. Ja, und dann geht es halt weiter. Ich kann hier nochmal einen Schwenk nach oben machen oder gehen wir mal nochmal von hier nach oben, damit wir mal jetzt siehst du halt diesen ganzen Aufgang, was natürlich auch Eindruck macht, die Dächer sind neu, sage ich mal, beide Dächer sind neu, Heizung ist in Ordnung, Hauswasseranschluss ist top, ja, Stromkasten ist ein frischer gemacht und hier hinter kommt man dann wirklich schon in Richtung, naja, das war jetzt hier früher der Jüngersteig, also sieht auch ein bisschen rümpelig aus, wie es alles zur Zeit ist, da hast du auch verschiedene Stelle, wo du was lagern kannst, sage ich mal und hier hast du zum Beispiel die dritte Garage, auch, kann ich ja mal Licht anmachen, die dritte Garage ist auch eine tolle Garage, da passt auch viel rein, natürlich jetzt, also wenn du das siehst, denkst du, der Krisch an ist, der volle Lumpoyan, aber ja, das ist die dritte Garage, die ich gerade jetzt ausräume, wo ich die wichtigsten Sachen mitnehme, hier kann man sogar einen Hänger reinstellen und im Hänger liegen manchmal so ein paar interessante Sachen, sage ich jetzt mal und dann gehen wir mal nochmal weiter, weil das ist dann auch sehr interessant, dann gehen wir mal in Richtung Garten, weil das ist Wahnsinn, also wir müssen eine ganze Menge laufen, du hörst schon, ich habe auch schon kaum noch Luft, aber nicht so schlimm und das ist jetzt quasi der Vorgarten, da sind jetzt einige Sachen von meinen Nachbarn drinnen, die hier gelagert haben, an der Stelle, das hier in der Ecke, auch sehr interessant, ist mein altes Auto, was ich so schrottet habe, wenn ich es schaffe, verlinke ich mal das Video hier, an der Stelle und dann geht es quasi von den Vorgarten in den ersten Garten und im ersten Garten hast du dann wirklich so richtig schön eine Bar, eine Sitzecke, auch schon ein bisschen, ja, es war eine mittelalterliche Tafel, auf jeden Fall sehr, sehr schön, alles auch sehr ruhig hier, da hatten wir dann auch einen Kirschbaum, wir hatten noch einen Birnenbaum, also auch super, super schön, also auch super ruhig, außer wenn man einen Hund in der Ferne fällt und dann geht man natürlich noch weiter, also Wahnsinn, wie groß das Ganze hier ist und dann haben wir hier unseren, trinkst zwar kein Bier, aber hier haben wir unseren Hopfen, ja, und dann gehen wir mal hier durch, auch sehr interessant und dann ist das quasi noch der zweite Garten, hier hast du dann den Apfelbaum, dann hast du hier noch ein paar Nadelbäume, die auch schon ziemlich groß gewachsen sind und dann geht das Ganze natürlich noch hier nach hinten bis zu diesem Tor, kannst du sagen, also bis zu diesem Tor gehört das Ganze mit dazu und das ist natürlich eine ganze Menge, also wenn du jetzt die Ruhm-Tor nimmst und wir haben jetzt nicht mal alle Räume angeschaut und einfach mal sagst, wie groß das ist, boah, Wahnsinn, also wenn jemand das Haus kaufen möchte, dann wahrscheinlich, um, sag mal, aus den Wohnungen, die jetzt schon sind, Miekswohnungen zu machen oder um dann wirklich große Lagerflächen oder eine Firma reinzumachen, also so in diese Richtung stelle ich mir das vor, kann natürlich jeder machen, wie er möchte, sag ich mal an der Stelle, wir gehen jetzt mal noch mal gemeinsam ein bisschen vor, aber ist natürlich gewaltig, hier oben siehst du dann unseren Kirchturm und ja, ist auf jeden Fall ein super schönes Haus und ich trenne mich eigentlich sehr ungern von der Größe und von der Lager und von allem drumherum, aber im Grunde genommen ist es dann an der Stelle auch viel zu groß für mich, wie du das siehst, wir laufen und laufen und laufen hier und ich laufe hier nicht langsam und ja, das war schon immer Wahnsinn, vielleicht noch eine kleine Story zum Schluss, das war schon immer Wahnsinn, wenn ich hinten im Garten war und vorne hat das Telefon geklingelt, das war dann immer, ich sag mal, sehr unangenehm, weil dann musste man wirklich erst mal diese 50, 60 Meter nach vorne und ja, aber im Großen und Ganzen kann ich ja noch mal den Schwenk nach oben machen, es ist dann wirklich ein wunderschönes Objekt und ich bin mal gespannt, ob sich jemand findet und ich bin mal gespannt, ob das jemand auch zu schätzen weiß, weil ich sag mal, klar, muss man viel Geld reinstecken an der Stelle, aber für die, die das Geld haben und das Geld reinstecken, die haben natürlich dann, ich kann ja noch mal den Schwenk über den Hof machen, die haben ja natürlich dann ein einzigartiges Objekt, was es so in dieser Art gar nicht gibt und wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich mal noch das Video hier mit diesem schönen Aufgang, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich mal noch das Video und dieses Objekt auch im Fernsehen war, also war ja auch im Fernsehen und ja, bei Außenseiter Spitzenreiter als eines der, ja, traditionellsten, ich sag mal, Häuser an der Stelle und ja, jetzt können wir wieder zurückgehen, gehen wir mal wieder zurück an meinen Platz, dann wird die Ruhntour wenigstens komplett und ich muss ehrlich gestehen, einige Räume, Bodenräume oder auch Räume hier unten habe ich jetzt ausgelassen, weil da einfach nichts drin ist und weil die jetzt, das würde das Video auch noch nötig lehre machen, aber jetzt gehen wir mal wieder hoch, da wird es mal wieder ein bisschen vollstrommen, zeig mir meine Kamera, jetzt wird es gleich wieder ein bisschen besser und dann kommen wir nämlich zurück an meinen Computertisch und dann ist so im Grunde genommen die Haustour zu Ende, sag ich mal an der Stelle und dann werde ich dir gleich noch noch mal ein paar Sachen sagen, Vorteile und Nachteile des Hauses, nachdem ich ein bisschen Luft geholte habe, hier siehst du mein Bildschirm im Hintergrund, hier nochmal der Schwenk durch die Stube und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Video, bis gleich. Ja, willkommen zurück und ich hoffe, du bist nicht zu sehr geschockt, ich muss auch zugestehen, das habe ich jetzt Freestyle gedreht, also es war jetzt nicht jede Ecke aufgeräumt, es ist im Grunde genommen so wie es jetzt ist und dadurch, dass ich viel Zeit im Tiny House verbringe, sieht es halt hier ein bisschen katastrophisch aus, aber du kannst es ja so sehen, wie es ist, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ich hoffe, es hat dir gefallen, wenn du Fragen zu dem Häuschen hast oder wenn du Kommentare hast, ich denke, da kommt mal eine ganze Menge, dann gerne in den Kommentar schreiben und dann würde ich einfach mal sagen, machen wir es heute nicht so lang, jetzt bist du nämlich eine ganze Weile in so einer Art wie Blavitsch-Projekt war das jetzt ja bestimmt, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und dann geht es quasi in den zweiten Teil, weil da gibt es noch ein paar Details zum Haus, da gibt es das Exposé und dann sage ich auch, ja, wie sagt man, unverhüllt oder unverschont oder mit purer Ehrlichkeit, was sind die richtigen Vorteile und was sind die krassen Nachteile an dem Haus, damit, wenn sich jemand dafür interessiert, der das auch ehrlich und transparent, ja, transportiert bekommt. Ich würde sagen, Schluss mit dem Haus, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Ja, und heute zum Schluss habe ich noch einen zweiten Moment, der gekommen ist, wo ich niemals gedacht habe, dass der jemals passiert, also der erste Moment ist ja, dass ich das Haus verkaufe und der zweite Moment ist, dass es wirklich so viele, ja, Aufrufe und Kommentare gibt, dass ich jetzt nicht mehr alle, ich sage mal, in vollster Qualität beantworten kann. Also ich hatte jetzt vor einigen Tagen das Video mit, ich kann es mal hier oben verlinken, wo es darum ging, ist ein Read besser als eine Wohnung oder vielleicht doch ein ETF und das sind ja so viele tausend Zuschauer gewesen und so viele Kommentare, da konnte ich schon nicht mehr alle beantworten, das tut mir leid, aber ich habe einen festen Zeitraum, um die Kommentare zu beantworten, damit ich auch genug Zeit habe, wieder neue Videos zu drehen und ja, was ich aber machen werde, manche Kommentare werde ich sehr kurz beantworten und ich werde dann, ich sage mal, die, wo ich sage, ich möchte noch was dazu sagen, das nehme ich dann wie gehabt in den Livestream am Ende des Monats und wenn nichts mehr dazwischen kommt, jetzt muss ich selber erst mal schauen, was von Datum das fällt, sollte diesen Monat am 29. wieder abends der Livestream sein, also das kannst du schon mal in den Kalender schreiben und wenn du jetzt ein Kommentar schreibst und ich antworte vielleicht nicht oder nur kurz, dann hat das einfach damit zu tun, dass ich dich nicht lieb habe, ich habe ja alle Zuschauer lieb, die hier zugucken, aber dann schaffe ich es zeitlich einfach nicht. Ich hoffe, du verstehst das und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.